Guten Tag, guten Tag, heute spiele ich hier Gym Simulator 24, da werde ich mein eigenes Gym haben und werde mir die Geräte kaufen und kann mich immer weiter hochleveln und Werbung kaufen, damit mehr Mitglieder kommen, viel Spaß. Guckt euch diese Athleten an, Digga, heilige Scheiße, man. Gym Simulator, neues Spiel. Das ist es, ich bin jetzt schon im Spiel drin, willst du mich verarschen? Erstes Fitnessstudio, Name, wie heißen wir? Also wie soll Gym heißen? Pummsbude, ne wie heißt die Bude von Spotsport? Muckibude, heißt die Muckibude? Digga, ich mach Weichei-Schuppen, Junior. So, machen wir rot. Das passt so. Logo, wir machen das hier. So, Weichei-Schuppen. Tesla, Digga, das ist ein Tesla. Ja, was muss ich jetzt machen? Ich glaube, ich muss erstmal hier Papier abreißen. Neuer Laden wurde aufgemacht. Was ist das hier? Kann man das aufmachen? Das ist kein Müll, Bro. Oh, 141, 224. Bedeutet das irgendwas? Fußabdrücke auf den Boden beseitigen, wie mach ich das? Oh, schön putzen. Putzen! So, was jetzt? Computer benutze. Ah, ich muss Ausrüstung kaufen, check. Was nehmen wir? Hantelbank, Kurzhantelständer. Boah, Laufband auf jeden Fall, muss. Hab ich gekauft jetzt? Ach, Digga, ich hab zwei Laufbänder gekauft, ich bin vollidiot. Kaufe vier Umkleidekabinen aus dem Umkleiderraum. Oder wie, hab ich das Cash dafür? Mülleimer aus den Extras. Check. Okay, wo machen wir das hin? Boah, ich würde das vor das Fenster machen, glaube ich. Da können die, während die laufen, raus aus dem Fenster schauen. Checkt ihr? So, ich würde das hier machen. Boom. Platzieren zwei Umkleidekabinen. Digga, wie scheiße das alles aussieht. Digga, in welchem Gym gibt es so Umkleidekabinen? Alter, ich hab gestern Schwänze von alten Männern gesehen. Das war nicht so geil, Digga. Ich war gestern schwimmen, wo nur Rentner hingehen. Digga, die laufen nur alle nackt rum. Das macht mich so fertig, wirklich. Oder hab ich die eigentlich falsch platziert? Wo ist denn hier der Eingang? Erklär wer? Hab ich das richtig platziert? Digga, sag nicht, dass da eins falsch rum. Ach, Digga, ich hab das als... Mann! Junge, ich geh die ganze Zeit gerade aus! Das war mich so sauer gerade. Ah, check. Check, Bro. Oh, das sieht geil aus. Digga, warum kann ich schlagen? Boah, das ist kein Schlagen. Das ist was anderes. What the fuck? Warte, Mülleimer immer in den Ecken. Ich mach hier zwei einfach. Boom, Müll, Trennung, W. Oder... Oh mein Gott! Mein erster Kunde! Das wollte ich jetzt nicht. Also, das ist jetzt... Das ist halt einfach so passiert. Das wollte ich jetzt nicht. Geh zum Computer und öffne das Mitgliederregistrierungsmenü. Wobei, krieg ich sie jetzt trotzdem als Mitglied? Nö, Scheiße. Ja, ich hab halt keine Mitglieder, ne? Wait, ist das Spiel jetzt Buggy? Weil ich die Frau geschlagen hab? Ich check's nicht. Hey, hey! Kommt in den Weicheichschuppen Junior! Come on! Let's go, guys! Let's go! Was steht hier? Oh mein Gott, kann ich da upgraden? Okay, ich kann da upgraden. Oh mein Gott, ich kann da Werbung machen? Frage, wie krieg ich jetzt Kundschaft? Registrier dein erstes Mitglied? Ja, wie denn? Digga, ich kann sogar Personal. Digga, wie geil ist dieses Game, Bro? Warten auf neues Mitgliedsschitter. Das Ding ist, die Frau wäre halt mein neues Mitglied gewesen. Aber die hab ich halt weggeschlagen. Das ist halt das Problem. Warte, ich mach Werbung. Ich glaub, mit Werbung kommen mehr Leute. Digga, 3.000 soll ich wassen? Ich mach. Hier ist jetzt 10 Stunden da. Jetzt müsste irgendwer kommen. Come on! Da, guck! Come to Weicheichschuppen Junior! Hey, hereinspaziert! Will irgendwer? Ha? Äh, dieses... Dieses Gerücht, was auf Twitter rumgeht, stimmt nicht. Ich hab keine Frau geschlagen hier. Hallo? Das stimmt alles nicht. Bitte! Bitte kommt! Digga, die Werbung bringt gar nichts. Oh! Oh! Erstes Mitglied! Ja, was ist los, Bro? Jawollo! Bitteschön! Viel Spaß! Kann ich dir jetzt zuschauen beim Umziehen? Mal hinterher einfach. Boah! Was für Gorilla-Arme, Digga! Junge, sorry! Boah! Gut machst du das! Digga, irgendwie... Gibt es jetzt keine Soundeffekte oder so? Oder man hat legit nix? Ja, kann ich halt... Kann ich irgendwas machen? Hier noch den Müll aufheben. Oh, das geht mir auch... Da war Bock jetzt irgendwie, ne? Ich hab's mir viel schlechter vorgestellt. Ich würd erst mal auf gute Geräte, glaub ich, gehen. Ich glaub, das ist am smartesten. Gute Geräte, dann kommt die Werbung. Kann man spiegeln oder so, maybe? Oh, hey! Was geht ab? Was geht ab, Albert? Was wollen Sie haben, Bro? Standard. Achso, ja, hier. Jawoll, gönnen Sie sich. Jawollo! So! Äh, ich mach mal Fliesen. Ich hab mein ganzes Gerät gerade geberichtet. Scheiße! Warte, machen wir das mal einfach in der Area hier. Digga, ich hab 1.200 gekauft. Oh mein Gott, Digga. Kann man das irgendwie verkaufen? Oder bitte kann man das verkaufen? Ich hab kein Geld mehr. Bitte! Nein, Digga! Oh! Neu Anfang? Nein. Wir grinden weiter. Oh! Oh! Die erste Frau! Ja, hallihallo! Warte, diesmal nicht die gleichen Fehler machen? Was geht ab? Amelia! Du willst den Standard? Jawollo! Hier, bitteschön! Oder was ist, wenn ich jetzt schlage? Oh! Nein! 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 Bleib hier! Bleib hier! Bleib hier! Bitte! Bitte! Bleib hier! Bitte! Bitte! Ich hab dich doch gar nicht geschlagen. Egal, sie hat bezahlt. Kann ich die Männer nicht schlagen? Ah! 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 Ich muss putzen. So, jawoll. So, schön den Dreck wegmachen. So, dich müssen wir auch nochmal ein bisschen erputzen. Du stickst mir nämlich auf Scheiße. Komm her! Nächstes Mal ein bisschen mehr Deo, wa? Ja gut, also wir haben ja kein Geld, ne? Also, was soll ich euch sagen? Ich kann ja gerade wenig machen, so. Ah, noch, wir können... Oh! Oh! Wir können das kaufen. Alter, was für eine Frage war, gibt es hier Spiegel? Ich brauche Spiegel, Bro. Du brauchst Handeln. Warte, die hier usen wir. Das machen wir... Hier machen wir die mal. Aber man braucht doch immer so Spiegel, oder nicht? Wo ist denn das? Das kommt hier hin. Zwischen die zwei Lauf... Ja, li, hallo! Ja, was wollen die denn? Niedrige Kasse, du Opfer! Nee, ganz ehrlich, Digga. Aber der Gorillamann, der ist... Der ist ein Macher. Der hat mich noch nie verlassen. Der war mein erster Kunde und grindet bis zum Tod. Du bist ein verfickter Macher, Bro. Ich habe eine Frage. Was sind diese Prozent 22 da? Was ist das hier? Oh, wir müssen wieder sauber machen. Beliebtheit. Oh, kann echt Beliebtheit sein, ne? Was ist, wenn ich hier damit schlage? Dann muss ich mich ein bisschen rumrütteln. Oh, sorry. Ich habe eine Frage. Kann man hier irgendwas noch machen jetzt? Außer seine Kunden zu schlagen. Oh, die geht, glaube ich, hier rein. Oder? Nein! Bitte, bitte bleiben Sie hier. Kommen Sie bitte rein. Bitte. Die Dekoration runter scrollen. Ah, man kann runter scrollen. Vielleicht kommt das mit so einem Level, maybe. Oh. Oh, ja. Was wollen Sie? Standard einmal. Oh, die Schlange. Die Schlange, sie steht. Digga, die Schlange. Bitte. Standard. Jawohl. Alter, what the fuck? Was ist jetzt gerade los? Digga, hat irgendein YouTuber über mich berichtet, Alter? Kommen Sie, kommen Sie her. Hallo? Niedrige Kasse? Oh nein, nicht er schon wieder. Matteo, Digga, was für niedrige Kasse? Erklär mal bitte. Ja, hier, mach. Was soll ich sagen, Bro? Ich brauche das Cash. Mann, Digga, scheiße. Die machen alles dreckig, Digga. Wie sieht es mit den Unkleinen aus? Ist hier Dreck? Ne, hier passt alles. Jawohl. Alter, der Laden läuft. Holy shit. Junge. Der Laden läuft aber. Oh, fuck, 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 fuck. Wir haben zu wenig Geräte, Bro. Wir haben zu wenig Geräte. Warte, eine Rudermaschine für Basti. Rudern. Ihr könnt hier rudern, Jungs. Rudert ruhig. Hier, bitteschön. Ihren Rücken müssen Sie vielleicht ein bisschen fixen, Bro. Der ist ein bisschen krumm. Okay, unsere Prozent gehen wieder hoch, Jungs. Wir haben 27%. Warte, bitte. Corona. Weg damit. David. Alter. Jawohl, was wollen sie? Standard, jawohl. Oh mein Gott, ich brauche eine Dusche, maybe. Ihhh, da hat jemand hingewixt. Bro, what the fuck? Hä? Warum wixst da jemand hin? Ich glaube, ich würde eine Bank hinmachen zum Chillen mit den Boys, maybe. Ach, Digga, ich muss die Unkleidekabine machen, oder was? Ja, dann machen wir erstmal hier bei den Frauen. Ihr gönnt euch. Alter, ich bin stolz auf meinen Laden. Das fühlt sich gerade No-Tooks so an, als hätte ich Retalk-Gym. Hör, was ist los, was ist los, was ist los? Nein! Weg! Nicht begrapschen hier. Junge. Digga, what the fuck? Er begrapscht hier einfach. Lass ihn. Nein. Ja, sonst sieht es hier aber gut aus. Wir haben sehr viele Frauen. Warum haben wir so viele Frauen? Okay, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob das irgendwas fürs Gameplay dazuzählt. Aber ich würde Isomatten nehmen, weil da sehr oft Frauen halt Sachen machen. Macht das Sinn? Hier, zwei Isomatten. Maschine kaputt. Welche Maschine? Oh, 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 oh. Was denn das hier? Wie gehen die mit meinen Sachen um, die Hunde? Der Laden läuft. Holy. Digga, der Laden läuft richtig. Mästig. Digga, der Weichei-Schuppen-Junior läuft bauermästig. Mann, Digga. Ich schäme mich gerade. Was ist das hier? Muss Level 3 sein. Okay, ab Level 3 geht es richtig ab wieder, glaube ich. Geräte schmutzig. Ist das nicht... Ich glaube, das ist eher das Level von den Geräten. Ich glaube, man kann die Level so upgraden. Das ist alles so dreckig. Aber ich glaube, je mehr... Je krasser, desto besser. Das sind halt so... Diggi-Geräte. Digga, Diggi, Bro. Okay, checke. Ich würde, glaube ich, mehr auf den Kleideraum gehen. Ich habe kein Geld mehr, GG. Aber irgendwie kriege ich keine neuen Kunden mehr. Das fuckt mich gerade ein bisschen ab. Und die Männer kriegen jetzt auch mal was. Die Männer kriegen zwei. Oh, hier ist was kaputt. Was ist los? Was ist los? Digga, was ist so schick? Oh, das Spiel bockt No-Joke, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Spaß gerade habe. Ja, du stinkst, Alter. Verpiss dich mal. Ach, Mann. Was machen die denn alles kaputt? Juh, ich muss ja richtig reingrinden gerade. Warte mal. Digga, er stinkt auch wieder. Oh, mein Gott. Seid ihr alle scheiße. Was ist denn hier jetzt schon wieder los? Aber ich brauche neue Mitglieder. Ich brauche mehr Para. Digga, hier ist schon wieder dreckig. Oder ich muss gerade grinden wie ein Wal, Alter. Junge, warum squirtet ihr alle, Alter? Was ist denn das? Du brauchst Mitarbeiter. Oh, Mitarbeiter kann auch sein. Boah, ich brauche alles, Digga. Ich habe halt kein Geld, Bro. Ich brauche unbedingt Geld. Was ist hier schon wieder los? Hat der einen Guillard gesehen? Oder was ist los? Was ist denn hier, Digga? Warum liegt hier Müll? Wem seine Hose ist das, Bro? Okay, wir haben Level 3. Wir haben Level 3. Wir haben Level 3. Wollen wir eine Dusche holen? Ich brauche 4. Ich brauche Level 4, Bro. Ich mache Wand-Tattoo. Gänsehaut, Digga. Push yourself to your limits. This is how you truly grow. Holy shit, Digga. So, jetzt ist Nacht. Jetzt kommt, glaube ich, keiner mehr. Wir können jetzt chillen erstmal wieder. Oh, ich muss die Türen schließen. Feierabend. Feierabend, Jungs. Nach Hause. Jawohl. Digga, ich wusste nicht, dass ich ein Zuhause habe. Warte mal, was? Oh, oh. Die greifen mich an. What the fuck? Ah, die kann man adoptieren. Welchen wollen wir? Ich schaue mir die gleich am Tag nochmal an, Digga. Man kennt gar nichts, Bro. Ey, geiles Haus. Digga, ist das scheiße. Okay, welchen holen wir uns? Der ist mir zu groß. Ne, den mag ich auch nicht. Ich finde den hier am geilsten. Wollen wir den nehmen? Oh, kleiner Feini. Ja. Ich nehm den hier. Der sieht am geilsten aus. Ja, kleiner Feini. Wie nennen wir ihn? Ich nenn ihn Tevaran. Tevaran. Ja, kleiner Feini. Ja. Ja, verpisst euch. Keiner will euch. Weg mit euch. Ihr Straßenköter. Fass. Ihr kommt Fass. Ihr kommt Fass. So, findest schön. Wird aufgemacht. Jawohl. Wir haben 8 Uhr. Wir haben 8.50 Uhr. Der Laden wird aufgemacht. Er hat reinspaziert. Oh mein Gott. Kleiner Feini. Warte, warte. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Komm mit. Du lockst die hier hin, Bro. Okay? Bleib da sitzen. Sei süß. Lock die hier hin. Okay? Neue Währung. Pass auf. Bruder. Du blockierst alle. Du sollst die reinlassen. Bist du dumm? Dann komm hier. Jawohl. So, was wollen sie? Standard. Jawohl. Was willst du? Niedrige Kasse. Jawohl. Mach das Holz weg. Ah, ich meint das hier. Okay, check. Der ist das Scheiße. Ratte. 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 Digga. Holy shit. Oh, Vitaminbar. Alter, 3000. Wollen wir darauf sparen? Was los, Bro? Warum willst du? Du brauchst Futter. Ey, es tut mir leid, Bro. Aber ich hab nix für dich. Also, irgendwie geht das gerade nicht. Wie füll ich das auf? Also, ich drück eh. Es passiert halt nix irgendwie. Ey, ich hab keine Ahnung, wie ich meinem Hund Wasser gebe. Bruder, der stirbt. Oh, gleich haben wir... Wenn die jetzt noch einkauft haben, wir Vitaminbar, Baby. Okay, haben wir. Geil. Let's go. Warte, kurz lauermachen. So, mein Ruf. So, hier müssen wir beide reparieren. Scheiße. Okay. Links vom Gym ist Supermarkt. Oh, kleiner Feini. Ja. Kleiner Feini, Feini. Hier ist nix. Oh, noch hier. Pump-Edit. Das haben wir jetzt nicht für meinen Hund, oder? Was braucht mein Hund nochmal? Scheiße. Pump-Edit ist für meinen Hund. Okay. Ja, komm her. Nee, das ist nicht mehr... Was labert ihr? Digger, hä? Oh, mein Boni. So, jetzt hat mein Hund genug Essen. Mann, Digga, hört auf, da hin zu wichsen, Bro. Really talk. Ja, sie machen das schon richtig. Das passt so. Oh, ich brauch echt Mitarbeiter, Alter. Standardbild so wahrscheinlich... Ja, hier ist Standard. Niedrige Kasse, Mann. Ich hasse Leute, die niedrige Kasse haben. Digga, der sieht aus wie Steve. Der pumpt mit seinen normalen Klamotten. Hä? Habe ich keine Umkleidekabinen mehr, oder warum macht der das? Mann, räumt doch auf, ihr kleine Putter-de-la-Madres, Digga. Ein Pulli, ein Müll damit. Oh, Maschine füllen. Protein-Pulli und Wasser brauche ich. Boah, das ist zu much gerade. Scheiße, 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 scheiße. Warum soll ich Toast kaufen? Zack, was brauche ich noch? Wasser. Ich kaufe einfach alles. Egal. Nein, ja. Keine Ahnung, Digga. Ich kaufe den ganzen Laden leer, Digga. Hier, gib mir alles, gib mir alles, gib mir alles. Warte, ich bin gleich wieder da. Okay, hier, auffüllen. Ich habe nicht genug Geld. Oh, mein Gott. Ich brauche Mitarbeiter, Digga. Warte, ich bin... Ja, hier, was ist los, was ist los? Standard, jawohl. Bitte schön. Was wollen Sie? Standard, jawohl. Bitte schön. Oh, mein Gott, Digga. Das ist way to day gerade. Oder was muss ich hier überhaupt reparieren? Ich check's nicht mal. Egal. Hier, wieder putzen. Hey, Marano, kannst wieder aufstehen. Warte. Na, chill einfach da. Digga, was pumpt der da? Oder servier dich selber? Wer bin ich, Alter? What the fuck, Alter? Oh, da stimmt wieder jemand nach Scheiße. Oh, ja. Was willst du? Standard, jawohl. Ich brauche Mitarbeiter, Bro. Was hole ich mir für Mitarbeiter? Ich habe 5k. Mike, ganz links. Tuggan oder Jackson? Thomas. Ja, wir nehmen Thomas. Wenn man ein gutes Business haben will, muss man am Anfang alles investieren. All in gehen. Merkt euch das. Da ist er. Ja, oi, hallo. Wie geiler Mann. Oh, wie schnell der das macht. Digga, du kleiner Bastard. Der ist was kaputt. Digga, bist du dumm? Da ist was kaputt. Ist das krass, Digga. Ich gebe den Top 400 Euro dafür, dass er nix macht. Soll ich mir den Reiniger auch holen? Ich habe keinen Bock, das die ganze Zeit selber zu machen. Mann, Digga. Hä? Wer vergisst bitte seine Hose, Bro? Mann, Digga. Und er macht gar nix. Wirklich. Junge, ihr stinkt auch da hinten. Hier. Fick dir. Hier. Junge, das ist wirklich anstrengend, Alter. Wirklich. Holy shit. Werde ich vor in Real Life arbeiten. Boah. Jawohl. Oh, nein. Sie möchte ich nicht haben. Oh, ja. Sie möchte ich haben. Komm her. Warum bist du mad? Warum bist du mad? Ja, dann. Sorry. Warte ich. Sorry. Das wollte ich nicht. Ach du, kleiner Wichser. Verpiss dich. Ey, Digga. Diese Techniker machen legit nix. Es ist so krass. Ja, er macht gute Arbeit. Er macht aber nix. Das ist eigentlich wie in Real Life. Du brauchst nur dieses Anfang Geld für so einen Raum. Und dann ist es eigentlich wie in Real Life hier gerade. Oder nicht? Hierfür brauche ich aber auch Personal, Alter. Das ist ja so geil. Ja. Ja. Digga, du spielst das Spiel immer noch. Junge, das Spiel ist geil, Bro. Jeder, der hat den Locher. Hey. Hey. Das war nicht. Hey. Bitte bleiben Sie hier. Bitte. Das war aus Versehen. Bitte. 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 Bleiben Sie hier. Bitte. Das war aus Versehen. Hey, ihr kleinen Fickser. Verpiss euch alle. Neues Dach freigeschaltet. Du kannst es im Gym-Upgrade-Menü am Computer kaufen. Oh. Auf modern angelegt. Alter. Holy fuck. Jetzt sieht sie schon mal richtig geil aus. Mann, du kleiner... Jeder will VIP haben. Und ich werde jetzt jedenfalls kraulen. Oh. Ah. 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 Ah.